Haarausfall. Entweder du lebst damit oder du tust was dagegen. Täglich beeinflussen meine Haare meine Baune. Täglich wünsche ich mir mein altes, jung aussehendes Ich zurück. Volle Haare sind ein echter Gamechanger, denn sie verändern nun mal alles. Haarausfall und wie wir mit ihm umgehen, ist eine extrem persönliche Sache. Auf ganz einzigartige Weise geht jeder damit anders um. Manche belastet es täglich, anderen wiederum ist es völlig egal. Aber mich hat der Verlust meiner Haare auf allen Ebenen beeinflusst. Innerlich wie äußerlich. Er beeinträchtigte meine Laune, mein soziales Verhalten und schadete ganz heimlich auch meiner mentalen Gesundheit. Zugang zu den neuesten Technologien und innovativsten Behandlungsmethoden in der weltweit größten Haarklinik zu erhalten, waren für mich lebensverändernd. Zu allen, die immer noch behaupten, Haartransplantationen sind totaler Schwachsinn, kann ich nur sagen, selber schuld. Für mich hat sich durch die Behandlung alles verändert. Ich bin zurückgekehrt zu meinem früheren, jüngeren Ich und zurück zur Zufriedenheit.